Tucker Carlson, US-amerikanischer konservativer Journalist, unternahm am 6. Februar 2024 einen Besuch im Kreml. Dort begegnete ihm Wladimir Putin, welcher einem knapp zweistündigen Interview zustimmte. Wir beschäftigen uns heute mit dem Teil des Interviews, welcher den Ukraine-Krieg behandelt. Zuerst möchten wir zur Einordnung der hier behandelten Thematik eine Auskunft geben, damit die hier erfahrenen Informationen von ihnen richtig eingeordnet werden können. Aufgrund der Komplexität des Konfliktes wurden von uns weitere Sachverhalte hinzugefügt und erklärt. Dabei wurde von uns versucht, die russische Sicht zu dem Konflikt wiederzuspiegeln, welche Wladimir Putin innerhalb des Interviews auch vermitteln wollte. Jedoch machen wir deutlich, dass einige Inhalte von Putin nicht direkt benannt oder von uns ergänzend hinzugefügt wurden, um den Sachverhalt verständlich zu vermitteln. Quellen Nachweise und einen Link zum Originalinterview sowie zur deutschen Übersetzung finden Sie in der Videobeschreibung. Das Interview begann mit einer langen geschichtlichen Ausführung über die Entstehungsgeschichte Russlands und den Verbindungen zur Ukraine. Dabei gab es zwei historische russische Zentren, das eine in Kiew und das zweite in Moskau. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Putin die Ukraine nicht direkt Russland zusprach. Gleichzeitig wurde jedoch das Existenzrecht der Ukraine indirekt infrage gestellt. So seien laut Putin Teile der Ukraine ehemals ungarisches Gebiet. Im weiteren Verlauf des Interviews wurden Entscheidungen von Lenin sowie von Stalin infrage gestellt. Diese hätten der Ukraine Hoheitsrechte sowie gewisse Autonomierechte zugesprochen, welche von Putin als fragwürdige Handlungen abgestempelt wurden. Zu der Entstehungsgeschichte des Ukraine-Krieges äußerte sich der russische Präsident wie folgt. Im Herbst 2004 seien bereits die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine durch westlichen Einfluss gestört worden. Dabei waren der russlandfreundliche Kandidat Viktor Yanukovych sowie der westlich orientierte Kandidat Viktor Yushchenko zur Präsidentschaftswahl angetreten. Beide Kandidaten erreichten die Stichwahl, aus welcher Yanukovych als Sieger hervorging. Nach Protesten im In- und Ausland wurde der Wahlsieg von Yanukovych als ungültig erklärt. Ein dritter Wahlgang bzw. eine zweite Stichwahl wurde abgehalten. Dieses Mal gewann der provestliche Kandidat Yushchenko die Präsidentschaftswahl. Dies sah Putin als den Beginn des Ukraine-Konflikts und als erste Einmischung westlicher Geheimdienste. 2010 wurde der prorussische Kandidat Viktor Yanukovych dann doch noch Präsident. Während seiner Amtszeit begann die Europäische Union, ein Assoziierungsabkommen der Ukraine zur Unterschrift vorzulegen. Dies bedeutete die teilweise Öffnung der Ukraine zum Westen sowie der teilweise Verlust von russischem Einfluss und somit entgegen russischer Interessen, da das Assoziierungsabkommen nur ein erster Schritt zu Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union bedeuten würde. Der Präsident Yanukovych weigerte sich, das Assoziierungsabkommen zu unterzeichnen, was sein gutes Recht war. Doch Unruhen brachen aus und führten zu den berühmten Protesten auf dem Maidanplatz, von welchem fast täglich in den westlichen Medien berichtet wurde. Die Proteste eskalierten, als Präsident Yanukovych von den eigenen Sicherheitskräften bedroht wurde und aus der Ukraine floh. Der Regierungsputsch war vollendet. Am 22. Februar 2014 erklärte ihn das ukrainische Parlament im Zuge der Unruhen in Kiew aufgrund seiner Flucht für abgesetzt. Laut Putin eine organisierte Aktion des Westens. Auch wenn er dies nur indirekt erwähnte, schienen seine Ausführungen klar und geschichtlich belegt zu sein. Nach dem Putsch begannen die östlichen Teile der Ukraine sich zu wehren und ein Bürgerkrieg brach aus. Die Bürger der Krim-Halbinsel führten ein Referendum durch, welches ihren Willen über eine Zugehörigkeit zu Russland belegte. Russische Soldaten schützten die Bürger der Krim vor ukrainischen Angriffen, wobei die russischen Militärs ohne Hoheitsabzeichen operierten. Im Frühjahr 2014 besetzte Russland die ukrainische Halbinsel Krim. Die Eingliederung der Halbinsel durch Russland erfolgte am 18. März 2014. Alle anderen östlichen Teilregionen der Ukraine wurden über Jahre von dem ukrainischen Militär bekämpft und viele zivile Opfer waren die Folge. Schlussendlich sah sich Russland dazu gezwungen, die prorussischen Bürger innerhalb der Ukraine zu schützen. Der sogenannte Angriffskrieg, welcher laut russischer Auffassung eher ein Verteidigungskrieg ist, begann. Die von den westlichen Medien, als russische Separatisten bezeichneten Bürger, waren aus russischer Sicht Freiheitskämpfer, welche sich gegen die ukrainischen Putschisten stellten. Zusammenfassend war der Putsch eine durch amerikanische bzw. westliche Geheimdienste organisierte Aggression, welche sich hauptsächlich gegen Russland richtete. Die unberechtigte Einflussnahme westlicher Staaten auf die Ukraine wurde mit den getroffenen Vereinbarungen für eine Auflösung des Warschauer Paktes begründet. Der Warschauer Pakt wurde während des Zusammenbruchs der Sowjetunion am 1. Juli 1991 aufgelöst. Dabei wurden mit Michael Gorbatschow, damaliger Präsident der Sowjetunion, Vereinbarungen getroffen, welche eine NATO-Mitgliedschaft der Ostblockstaaten sowie eine Ausbreitung westlicher Einflussnahme in den ehemaligen Sowjetrepubliken klar verneinte. Zum Schluss entgegnete Putin, dass der Westen den Krieg mit der Ukraine sofort beenden könnte, und zwar mit der Beendigung von Waffenlieferungen an die Ukraine. Wir hoffen, ihr konntet einen neuen Blick auf die Hintergründe des Ukraine-Konflikts gewinnen, wenn auch lediglich aus der Sicht des vermeintlichen Aggressors. Es wurde versucht, die russische Sicht auf den Konflikt einmal aufzuzeigen. Wir haben dieses Video veröffentlicht, machen aber deutlich, dass wir mit den hier getätigten Aussagen weder die alleinige Wahrheit noch unsere eigene Meinung zu dem Konflikt geäußert haben. Dieses Video soll lediglich zur Eigenrecherche anregen. Wer ist eurer Meinung nach der Schuldige oder haben beide Konfliktparteien eine Mitschuld? Bitte teilt eure Meinung in den Kommentaren.